Hospital! Oh, und hier ist echt einiges los. Hey, was ist denn mit dir los? Kempo, was ist mit dem? Antikäbchen hinzufügen. Du bist ab sofort gesund. Okay, das bringt nichts. Mal ein Objekt. Äh, wir brauchen einen Arzt. Sofort. Zack. Perfekt, der ist wieder fit wie ein Turnschuh. So. Hilf den Patienten, die in das Krankenhaus kommen. Das machen wir. Auf geht's. Ärzte auf Abruf. Start. Gut. Hilf den Patienten, um zum St. Asterisk Krankenhaus gebracht zu werden. Okay. Oh, das ist ja blöd. Ähm. Jetzt mal gucken, ob das geht. Aber ich glaube... Äh, gesund. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Doch, das Kätzchen ist total krank. Erschaffe etwas, um es zu heilen. Ähm. Objekt erschaffen. Wir brauchen natürlich einen Tierarzt. Zahnarzt. Perfekt. Kranke Zähne. Na, das ist ja auch relativ simpel. Entschuldigung. Oh, das müssen wohl Zahnschmerzen sein. Objekt erschaffen. Wir brauchen einen Zahnarzt. Person. Keine Praxis. Zack. So. Oh. Entfernen. Der Roboter ist kaputt. Alter. Äh. Wir machen mal sauber. Wow. Ähm. Brauchen wir vielleicht... Einen... Schraubenschlüssel? Kann das sein? Ja. Das hat funktioniert. Hilf mir wieder zu funktionieren. Was ist das denn? Brau... Äh. Brauner rissiger Buch. Ähm. Die Geschichte des Buchs ist nicht vollständig. Wo ist das letzte Kapitel? Dienstbuch verwenden. Letztes... Kapi... Ups. Kapitel. Zack. Äh. Kapitel. Kapi. Kapi. Kopi. Kopi. Oder einfach... Ähm. Äh. Seiten. Seide. Seide. Spaten. Samen. Satan. Sattel. Scheitel. Ha. Ähm. Machen wir mal neu. Neu. Ne. Ähm. Ganz. Ähm. Das scheint auch nicht die Lösung zu sein. Ähm. Ähm. Kleber. Gummi. Wow. Wo ist das letzte Kapitel? Finden wir das hier irgendwo? Klicke zweimal auf dein Ziel, um, äh, um zu schießen oder Gegenstände zu werfen. Aufsammeln? Müssen wir jetzt das letzte Kapitel suchen gehen? Müssen wir wahrscheinlich nicht, oder? Okay, dann wollen wir hier entfernen. Ha. Was können wir denn machen? Ähm. Kapitel. Kapitän. Das geht alles nicht. Äh. Vielleicht. Eine Geschichte. Okay. Ein Buch. Hm. Wow, hier komme ich jetzt voll nicht weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ganz. Oh, ups. Hä? Warum ist das denn... Ganz. Bin ich dumm? Wie wär's mit komplett? Ach, Leute. Ach, es ist natürlich selbstverständlich. So. Jetzt kommt nochmal einer. Rauchende nutzlose, äh, nutzlose, äh, nutzlose, alte Blechkiste. Ähm, wir nehmen einfach unter der Haube scheint etwas kaputt zu sein. So. Deswegen holen wir uns natürlich nochmal einen Schraubenschlüssel, äh, jetzt haben wir einen kompletten Neuwagen. Kommt nochmal jemand? Kommt nochmal jemand? Nein, es kommt keiner mehr. Wir haben den StarRite. Yeah. Gesamte, äh, Gesamt, was? Gesamt StarRite 2. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt brauchen. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Schöne Mission haben wir hier. Was ist mit dem? Hilf mir, wieder zu lachen. Fröhlich. Ähm. Ballon. Alter. Ähm. Was können wir den denn? Fröhliche, fröhliche Clown. Das stimmt aber auch nicht. Hilf mir, wieder zu lachen. Wie wäre es denn mit einer Feder? Äh, Tiegeband. Zack. Oh, ups. Okay, das findet er wohl nicht so lustig. Dann machen wir das Entfernen. Fangen es in der Luft, machen das hier. Ähm. Ähm. Was können wir denn da machen? Das ist halt echt eine gute Frage. Vielleicht einfach einen anderen Clown. Boah, das ist eine gute Frage. Boah, das ist eine gute Frage. Hilf mir, wieder zu lachen. Vielleicht braucht er einfach auch nur einen Arzt. Oh, gute Frage. Oh, gute Frage. Keine Ahnung. Oh, ups. Da geht nochmal hier eins hoch. Ein Herz. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Halte die Herzentacke auf. Ähm. Dafür holen wir jetzt einfach mal einen, äh, Käfig. Gut, wir holen uns keinen Käfig. Was ist mit dir? Schwarzer Ritter. Ich brauche eine Ausrüstung für das Krankenhaus. Gehen wir mal weiter hoch. Das ist die Ziellinie. Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sehe, würde mich das echt motivieren, das Rennen zu gewinnen. Was blaues, ähm, wie wär's denn mit einem blauen Pferd? Blaues Pferd. Zack. Äh, hallo? So. Lass uns ein Rennen fahren. Perfekt. Was ist mit dir? Ich habe zurückgelassen, was ich, äh, was ich dem Transplantationspatienten liefern wollte. Ich habe vergessen, was ich abliefern sollte. Kannst du mir helfen? Äh, was bist du? Rettungshubschrauber. Kühler. Kühler. Wie wär's denn mit einem Herz? Blutpumpe. Perfekt. Zack. So, perfekt. Gute Arbeit. Du hast genug Starwires gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Starwires, die du bisher gesammelt hast, zu Lili auf den Bauernhof. Äh, nein. Ich muss zu Lili. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Magischer Globus zu vermieten. So, hier sind die ganzen, äh, die ganzen Orte, die wir besuchen können. Schade, ich wollte eigentlich in der relativ großen Stadt bleiben. Wir können hier echt überall hin. Das ist cool. Ab acht Starwires können wir auch da weiter. Alter. 50 Starwires ist das hier. Alter. Okay, wir gehen nochmal zur Hauptstadt. Alter. Gut. Jetzt gehen wir nochmal hier zum, zu dem Krankenhaus. Gut. Zack. Wie ich den zum Lachen bringe, weiß ich auch noch nicht. Brauchen wir hier vielleicht den, den Kühler. Herzattacke. Perfekt. Entfernen. So. So, du bist auf einmal gesund. Dass das klar ist. Ich brauche neue Ausrüstung für das Krankenhaus. Zum Beispiel eine Schere. Verwaltete Ausrüstung. König Arthus. Cool. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir noch gucken, was ist das denn? Clowns Nase. Das wäre doch eine Idee. Eine Clowns Nase. Zack. Ja, da lacht er wieder. Alter, wir sind doch so cool. Perfekt. Wir gehen am besten direkt raus. Ich glaube, hier haben wir alles gemacht. Was geht mit dir ab? Fröhliche Sicherheitsbedienstete. Perfekt. Cool. Ich würde einfach knallhart sagen, wir gehen einfach weiter ins Museum. Wir machen das hier so nach der Reihe durch. Wir machen das hier so nach der Reihe durch. So. Was ist mit dir? Eines dieser Kunstwerke ist eine Fälschung. Hilf mir dabei herauszufinden, welches. Äh. Das Mädchen in diesem Gemälde sieht einsam aus. Ähm. Ein Mann. Hm. Perfekt. Ich brauche etwas, um diese Knochen miteinander zu verbinden. Äh. Wie wäre es denn mit? Klebstoff. Nichts als Knochen. Alter. Das macht richtig Laune eigentlich. Gegenstand. Was? Fallspitze. Kleines Felsbeut. Hilf mir herauszufinden, wie... Wie soll ich da das herausfinden? Ähm. Hilf Maxwell Kunst zu bieten, die den Besuchern des Museums mit Sicherheit gefällt. Mäkelige Besucher. Start. Es ist Ausstellungseröffnung im Museum. Platziere etwas in die Rahmen, was den Besuchern ganz bestimmt gefällt. Okay. Was ist mit dir? Nichts? Okay. Hallo? Platziere ein Gegenstand innerhalb des Rahmens, den ich für künstlerisch halte. Brennender Mann. Ähm. Boah. Künstlerisch. Vielleicht. Ein Lagerfeuer. Krass. Hier kommt noch jemand. Was würde dieser Besucher gern sehen? Platziere es im Rahmen. Platziere ein Gegenstand innerhalb des Rahmens, den ich für künstlerisch halte. Eine Mumie. Wie wäre es mit einer Pyramide? Äh. Ägypten. Wow. Okay. Nicht schlecht. Klicke auf das Symbol von Maxwells Kopf um die Kamera. Okay. Der nächste Besucher kommt. Platziere er in das Rahmen. Sicherheit gefällt. Reiter ohne Kopf. Platziere ein Gegenstand innerhalb des Rahmens, den ich für künstlerisch halte. Vielleicht möchtest du eine Fledermaus sehen. Nein. Okay. Reiter. Ein Kürbis. Perfekt. Der letzte Besucher ist da. Platziere etwas im letzten Rahmen, um die Ausstellungseröffnung zu einem vollen Erfolg zu machen. Ach, ein Gartenzwerg. Ein Gnom. Stehen die nicht? Gnome. Ist das nicht so den ihr? Nö. Nö, der will das gar nicht. Okay. Innerhalb des Rahmens, den ich künstlerisch halte. Was findest du denn künstlerisch? Ähm. Ich glaub nicht, dass wir das in irgendeiner Haus grün. Doch, das geht. So, jetzt können wir zurückgehen. Aufsammeln. Und wir haben einen weiteren Starride erhalten. Perfekt. Mäcklige Besucher. Gesandte Starrides. Vier. Das geht ja aufwärts bei uns. Schön. Vielleicht einen Kunstkenner. Kunstin oder Kunst. Ein Künstler. Hm. n Bin. Hübi. oi. Hübi.